Na, der Bruder fragt, es ist ja nicht erlaubt, ins Gesicht zu schlagen. Richtig, der Prophet s.a.w. sagte in einer Überlieferung bei Imam Muslim, لا تضرب الواجه, schlage nicht in das Gesicht. Das ist die allgemeine Regel. Das gilt nicht, wenn man sich verteidigt, Achil Karim. Das ist nur die allgemeine Regel. Ja, das heißt, wenn man sich selber verteidigt, dann natürlich kann das im Gefecht so passieren, dass man andere Mittel aufwenden muss. Fragst du auch nach Kopfnuss, oder? Oder Al-Mustan? Nein.